Welche Dinge gibt es zu bedenken? Die Vorteile dieser Methode sind die folgenden. Die Lernenden testen ihr Wissen selbstständig. Dabei sorgen wechselnde Lernsituationen für Abwechslung. Und insgesamt wird so eine gute Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Prüfungen ermöglicht und die Lernenden verbessern ihre Team- und Sozialkompetenzen durch wechselnde Sozialformen. Die Nachteile lassen sich wie folgt zusammenfassen. Die Konzentrationsfähigkeit der Lernenden sinkt beim Durchlauf über alle Lernsituationen zusehends. Ebenso lassen sich die Lernenden schnell mit Halblösungen zufriedenstellen, sodass hier keine gute Reflexion entsteht. Und drittens, es ist gegebenenfalls die Zeit für einen vollen Durchlauf aller Lernsituationen in einer einzelnen Unterrichtsstunde zu knapp. Daher wäre eine Aufteilung auf mindestens zwei Unterrichtsstunden sinnvoll.